Als ich noch in der Runde war. Du hast dich quasi noch fertig gemacht, so im Teamgeist. Ja, ich hab'n Domas zuerst weggeboxt und dann hab'n Tor auf der blauen Seite geschossen. Du hast erst'n Donut weggeboxt und dann hast'n Domas. Waren wir nicht die blaue Seite? Das ist ja nicht zur Sache. Aha. Das war ich. Leute, da kommt eventuell schon wieder'n Tor. Einer. Tor. Da, Patrick. Da, Patrick. Ja, ich hab' die abgenommen. Ja, passt. Ich hab' die Noss mehr gehabt. Ja, ich hab' die Noss in der Mitte genommen, schau. Ja. Ich dachte eigentlich, ich flieg' so schön da hinten. Und hab's dann. Nee, du bist rechts vorbei. Hier oben drüber. Hm? Ich bin da oben. Und die Bumping. Na ja, ah nee. Da geht's! Komm schon! Wolle Tor Was? Versteh ich nicht ganz So eine geile Vorlage von Twi und sie machen es nicht Torwart ist kaputt Ja es gibt ja irgendwie noch hier Sprachchat oder so Ja dann mach ihn rein No problemo Ich klang grad so auf der wie auf der Bahnhof Was? Biermess? Kirmess Kirmess was ist das? Ja der Ansager Kenn ich nicht Achso du meinst Herbstfest Oktoberfest, sämtliche Karussellfahrgeschäfte und so weiter Ja Ja auch einmal dabei sein, noch einmal frei sein, jetzt für 5 Mark Richtung zurücktreten Die Bügel schließen, jetzt nicht mehr einsteigen Das ist was Und? Gut getroffen oder? Ups Schon über eine Umschulung nachgedacht Was will ich denn da noch umschulen? Die können von mir was lernen, ich geb Kurse hin Oh, ein bisschen hoch Ein bisschen mittig Ah, mein aus Ich nehme das auf der anderen Seite Nein Schöner RK, Kupfer, Öcke passt Mittig Richard macht's persönlich, verdammt Ich komme hier Jetzt geht's in die nächste Runde Wie? Yes Wie sieht's über dir aus? Ja, ich beschütze das Tor 1-0-1 Hallo Ja, der Tor Werther Der mich auch ins Tor schießt Ja, was will ich mich da vorne in den Riesenplop reinstellen? Hi, Andi Hi, Andi Andi, du hast das Nass verpasst Na los, es geht Oh, der kommt schön Danke Passt Mist Na los, Udi Mach ich hin Undi Ist sehr lieb von dir Andi, du schreibst Warum spielst du da? Geh raus Ja, da kann ich Es ist ja 4, aber es ist 4 Sobald Andi das Chat schreibt Mit der Chat tut sich Er braucht noch mal prima Das ist auch das erste Was er verschreibt Ich glaube das ist das einzige Katze Was er nicht so kann Was denn? Net sch؟ Net schreib Net Andi , eh Not your X Blablabla Bla Aber was will er mit X? Oh, mein Gott da irgendwie hier machen spiegelein das ist gar nicht durch mit den geschrieben menschen müssen ich den gegner weg macht ihr überhaupt mit ich hatte das hinter das auch nehmen mit ich nicht dass es wieder heißt ich sage ich habe ein tor gemacht ihr mein eigenes tor vorbereitet macht nichts fix noch mal eine chance wir schauen ob man das das rad klippt ja durch diese die karosse hier sehe ich gerade ich war mal rechts besser wäre es ich muss ich fahren kann es doch links von ja dann hätte es ja ein rechts bringen können oder wenn die rechts war ja wärst du dann nach vorne gefahren oder muss sagen der das übrigens in rechts ja du hast du nicht nachgefragt mit ich ja war nicht gewollt er war rein verdammte scheiße wo ist er denn schon wieder ja im himmel oder in der hölle ich bin gesprungen dem moment hat hast mich gehittert und ich bin auf dem dach so ich dachte ich fand ich mal an mit ich erwarte noch ein bisschen jetzt mit ich habe zu spät gesagt noch einen moment noch es kommt gleich das kommt gleich gleich mit ich es kommt gleich es wird legen es kommt gleich was mir abgehalten vom springen kommt jetzt kommt kein gegner jetzt kommt ein gegner Schade Ja, auch vier Leute daneben Ich bin dreimal daneben gesprungen Ach warum? Hier ist Habt ihr Angst vor mir? Ich? Weil du gesprungen bist Ich bin die ganze Zeit wenn ich mich überwinde Ach so Mach es wie ein bisschen nie bereit Doch wenn der Ball kommt dann bin ich da drin Für dich Vierfach hätte es besser Einen hab ich mal ausgeräuert Oder auch Hab noch einen Na los Dank Geri Ja ich hab das mittlere Ausgekriegt In dem Moment gespawnt Ja Ich hab Da wurde wer zerstört Ich Ist doch kein Problem Da war der Winkel zu spitz Ich glaub du kennst den Clip nicht Ja Schick Und es hat Zoom gemacht Ich wollte ihn nochmal zerstören Hat nicht geklappt Ist echt schlecht Ich wär mit ich 3 gegen 1 und trotzdem geht der Ball hin und so in die richtige Richtung Du hast den Gegner ins Nos geschubst Dich? Ja Ne Der geht nicht einfach so rüber Hm Uah Ne Wuuuuh Dankeschön Das könnte auf jeden Fall ein Eigentör gewesen sein sonst Ich hab das gemacht Unzu fests Sorry Leute Minimal Aber der ist nochmal heiß Ich wurde es gedreht vom Gegner Kebum Haben wir wieder so'n Torwart Gangster bei denen gebild gemacht Oh Oh Nein Scheiße No Wo ist denn unser Twie Das Twie war von mir irritiert oder? Na ja Hab doch jedenfall getroffen Es war der Gegner, es war zu tief, du hast der Gegner. Wow, Tui, wow, Tui, ja, ist ja gut, dreimal ist echt gefährlich dann. Hat ihn wir. Danke. Kontinuier Stopp. Keine Punkte, er hätte die gleiche reinlassen können. Hä? Ich hab die Parade gemacht, sorry. Auch wenn er wahrscheinlich noch reingerollt wäre. Nochmal. Och komm. Ah, ja, dann gar nicht. Ach, du wärst ja nicht, sorry. Nee, der Gegner war da. Ich hab eigentlich nur gesehen, dass der Gegner hinter mir war, darum bin ich da einmal rechts alles abgefahren. Komm. Nein. Komm schon, komm. Das war ein Torsches. Wieder gedreht. Schade. Marmelade. Hä? Was ist da los? Armtüte, toll. Tschööp. Red. 1 Achtung.